Omi erhält eine neue Exchange. Außerdem sehen wir Spider-Man im schwarzen Kostüm. Außerdem stellt sich die Frage, wie viele Bronze-Tickets haben jetzt wirklich die Leute bekommen für das Omi-Staken. Und wir schauen uns außerdem den bevorstehenden KS-NFT-Drop auf Vivi an. Das und noch sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Und starten würde ich sagen, tun wir an dieser Stelle mit Spider-Man und dem schwarzen Kostüm. Das Ganze wird hier am Samstag, dem 6. April um 17.00 Uhr deutscher Zeit droppen. Ganz wichtig, die Drops sind jetzt wieder um 17.00 Uhr deutscher Zeit, da wir ja die Zeitumstellung am 31.00 Uhr hatten. Und dementsprechend jetzt auch wieder alle Drops normal laufen wieder vor. Das Ganze wird hier ein Collectible sein und animiert plus Sound sein. Außerdem eine Rare sein. Und wir bekommen hier einen Listenpreis von 50 Gems pro Collectible. Außerdem eine Editionzahl von 2520 Stück. Das Ganze ist an dieser Stelle keine FA. Aufgrund, ja, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung, warum das keine FA ist. Macht eigentlich gar keinen Sinn. Denn das Collectible ist ja im Prinzip eigentlich eigenständig. Also wir haben es ja hier nicht mehr mit Spider-Man zu tun, sondern eigentlich mit dem Symbiont-Suit. Beziehungsweise Symbiont-Spider-Man. Und dementsprechend müsste das eigentlich ein anderer Charakter sein. Es wurde jetzt aber hier nicht so eingestuft. Ist etwas seltsam. Aber nichtsdestotrotz auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Collectible. Ich werde hier euch auf jeden Fall nochmal ganz kurz die Animation plus Sound einblenden. Schreibt mir auf jeden Fall mal sehr genau unten in die Kommentare, ob ihr diesen Drop mitnehmen werdet oder nicht. Ich persönlich bin mir da noch ein bisschen unschlüssig und werde das wahrscheinlich spontan entscheiden. Kommen wir zum nächsten Cast Drop und dieser wird außerdem die Option beinhalten zu craften. Dazu aber gleich mehr. Der Drop selbst wird hier am Sonntag um 17.00 Uhr in deutscher Zeit droppen. Wir werden insgesamt fünf Collectibles sehen. Angefangen hier mit Cruise. Der Listenpreis hier pro Collectible sind 30 Dollar. Das Gesamte hier mit einer Editionzahl von 1.351 Stück. Außerdem hier natürlich eine First Appearance an dieser Stelle. Als nächstes haben wir dann hier unten einmal Matter als Rare. Das Ganze mit einer Editionzahl von 1.195. Natürlich auch hier eine First Appearance. Als nächstes haben wir dann Jackson Storm als Ultra Rare. Auch sehr, sehr cool. Mit einer Editionzahl von gerade mal 820 Stück. Außerdem natürlich hier auch eine First Appearance. Und wir haben dann als nächstes hier noch einmal Secret Rare Flo. Und das Ganze wird eine Editionzahl von 290 Stück haben. Und jetzt kommen wir zu dem, meiner Meinung nach, sehr, sehr coolen Part. Und zwar nämlich dem Crafting Event. Und zwar nämlich dem Piston Cup kann man hier craften. Das Ganze ist mit Cruise und auch Jackson Storm möglich. Insgesamt wird man das Ganze hier im Prinzip for free machen können. Ihr könnt das Collectible auf dem Markt oder auch im Store kaufen. Das ist egal wo. Außerdem wird hier kein Collectible verbrannt, wenn ihr diesen Piston Cup craften wollt. Insgesamt wird es davon 1.351 Editions geben. Und ihr könnt das Gesamte auch noch for free machen. Das heißt, ihr müsst nichts für das Craften bezahlen. Bekommt einfach so ein Collectible geschenkt, wenn ihr im Prinzip Cruise und Jackson Storm habt. Finde ich eine mega, mega coole Idee für die Leute, die halt wirklich Cars feiern. Und ja, für mich persönlich ist das jetzt nicht wirklich was, weil ich kein Cars Fan bin. Aber dennoch auf jeden Fall eine sehr, sehr starke und sehr, sehr coole Aktion. Kommen wir zu OMI und dem neuen Listing auf der Mexican Exchange. Dieses wird nämlich schon morgen sein. Und ja, im Prinzip hier tatsächlich auch wie immer nochmal mit einem Giveaway bzw. mit einem Airdrop kommen. Und zwar muss man hier nämlich mit dem MX-Token von der Mexican Exchange für OMI voten. Und dann bekommt man im Prinzip hier diesen Airdrop. Insgesamt werden es 24 Millionen OMI sein, die hier insgesamt im Prinzip zur Verfügung stehen. Insgesamt 30.000 US-Dollar, was auf jeden Fall schon eine Menge, Menge Geld ist. Und wir schauen uns mal an, wie man jetzt da teilnehmen kann. Insgesamt muss man hier eine bestimmte Anzahl von MX-Token halten. Wie gesagt, der eigene Token von der Mexican Exchange, um dann sozusagen zu voten. Finde ich immer ein bisschen sketchy, wenn man hier sich einen anderen Token kaufen muss, ehrlich gesagt, um dann damit irgendwie den Airdrop zu bekommen. Dennoch auf jeden Fall eine coole Aktion insgesamt, dass man hier überhaupt einen Airdrop bekommt. Wir haben jetzt hier zum Beispiel nochmal ein kleines Beispiel. 1.000 MX-Token sollen dann wohl ungefähr 500.000 OMI sein. Ob das jetzt auch so ganz stimmt oder ob das nur ein hypothetisches Beispiel ist, kann ich jetzt an dieser Stelle nicht sagen. Dennoch ist das auf jeden Fall interessant und wird vielleicht den einen oder anderen hier einen schönen Airdrop geben. Für die Leute, die beispielsweise auch bei BitGet mitgemacht haben, die müssten ja eine Reward hier auch schon erhalten haben. Ich habe zum Beispiel insgesamt 86.000 OMI bekommen, was auf jeden Fall schon sehr, sehr nett ist. Dennoch auf jeden Fall hier zu dem MX-Listing wird es auf jeden Fall nochmal interessant werden. Ich werde euch hier auf jeden Fall nochmal den Artikel zu dem gesamten Listing und auch den ganzen Prozedere mit dem Airdrop und so weiter und so fort unten in die Beschreibung packen. Und bleiben wir vielleicht nochmal bei der Mexican Exchange, denn vielleicht weiß nicht jeder, was ist denn die Mexican Exchange eigentlich wirklich. Im Prinzip ist es eine Exchange logischerweise. Die haben insgesamt über 1,1 Millionen Follower auf Twitter und sind tatsächlich auch relativ weit oben unter den gesamten Exchanges. Wenn wir zum Beispiel das Ganze hier unter Monthly Visitors sortieren, dann sehen wir hier die Mexican Exchange mit 12,6 Millionen Usern pro Monat, was schon wirklich eine Menge ist. Wenn man sich anschaut, OKEX hat so ungefähr ein bisschen mehr als das Doppelte und das ist schon sehr, sehr stark auf jeden Fall, dass sie hier ja auch jetzt keine kleinen Player sind. Sind recht nah hinter BitGet auch, also auch auf jeden Fall nicht schlecht. Und insgesamt von den Exchanges sind sie zwar auf Platz 22, dennoch meiner Meinung nach auf jeden Fall nicht schlecht und jeder Exchange bringt den OMI Token auf jeden Fall weiter nach vorne meiner Meinung nach. Und das Listing hat sich natürlich auch auf den Kurs selbst ausgewirkt. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall einen kleinen Push nach oben gesehen. In den letzten vier Stunden sind wir hier insgesamt bis zum Top 12% und aktuell so in etwa 9% unterwegs. Das Gesamte hat sich natürlich auch aufgrund des möglichen, beziehungsweise jetzt aufgrund des Listings natürlich auch ausgewirkt auf den Token. Und jetzt wird es tatsächlich äußerst interessant, ob wir hier auch weiter den Push fortsetzen können. Denn wir haben ja tatsächlich hier jetzt das Low auch gebrochen gehabt, was ja so wichtig war aus meiner Sicht, was wir hier auch tatsächlich hatten. Und wir sind jetzt hier drunter gedippt und meine Rede war ja im Prinzip, wenn wir hier es nicht nachhaltig schaffen, im Prinzip drüber zu bleiben, dann wird es schwierig. Und man sieht tatsächlich auch, meiner Meinung nach, es ist eine schöne Confirmation hier. Wir sind hier zwar runter, sind aber auch sehr, sehr schnell wieder nach oben und sind jetzt hier tatsächlich, ja, seit dem Dip auch schon ordentlich gestiegen. Insgesamt, wenn man das jetzt hier mal übermisst, 19% beziehungsweise in der Spitze sogar über 20% hoch. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Jetzt gilt es auf jeden Fall, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir diesen Bereich hier auf jeden Fall als nächstes nachhaltig brechen, um dann auf jeden Fall weitere Level auch oben anlaufen zu können. Und ich persönlich rechne ja auch damit, dass wir möglicherweise OMI to NFT tatsächlich jetzt auch schon Q2 sehen können. Von daher würde das vom Timing auf jeden Fall auch sehr, sehr gut hinhauen, dass wir dann von hier aus den Push weiter nach oben sehen können. Ich bin persönlich auf jeden Fall sehr optimistisch. Sollen wir alle spätestens hier diese orangene Linie beziehungsweise diesen orangenen Bereich nachhaltig knacken? Dann sieht es meiner Meinung nach äußerst positiv aus. Bleiben wir direkt auch noch beim OMI und zwar nämlich beim Staking, denn insgesamt wurden in Q2 ja wirklich mehrere Millionen oder Milliarden Token gestaked und dementsprechend auch viele Tickets an die Leute verteilt. Insgesamt über 1,5 Millionen Bronze Tickets wurden verteilt und ein Bronze Ticket hat insgesamt einen Wert von 15 MCP Punkten. Das heißt, wir wurden hier auf jeden Fall echt krass überschwemmt von MCP Punkten. Ich habe insgesamt 175 Tickets bekommen für eine Million Token, was dennoch auf jeden Fall nicht schlecht ist. Und selbst mit 1.000 Ohmys oder sowas, die ich auf meinem anderen Account hatte, habe ich glaube ich auch schon 25 Tickets bekommen. Also völlig krass eigentlich, wenn man das so in Relation sieht zu der einen Million. Dennoch auf jeden Fall eine coole, coole Aktion und schreibt mir gerne mal auch eure Erfahrungen mit den gesamten Tickets unten in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Zu dem AirDrop selbst gibt es momentan noch keine News. Sie wollten auf jeden Fall erstmal schauen, ob das Ganze hier auch smooth läuft und dann wird wahrscheinlich auch in den nächsten Tagen, oder spätestens nächste Woche wahrscheinlich, der AirDrop angekündigt. Und schauen wir nochmal auf die letzte Woche zurück. Hier wurde nochmal von Stacker ganz kurz zusammengefasst, was war denn letzte Woche eigentlich los. Insgesamt hatten wir über 7.200 Nutzer, die in der App aktiv waren und mindestens ein Collectible gekauft haben. Insgesamt hatten wir über 28.000 Transaktionen. Über 670.000 US-Dollar sind über den Markt geflossen und über 160.000 US-Dollar sind in Vivi selbst im Prinzip gekauft worden. Also im Store, was auf jeden Fall schon sehr sehr stark ist. Insgesamt positive Zahlen auf jeden Fall. Hier auch von Stacker schaut auf jeden Fall auch sehr gerne auf der Plattform vorbei. Und kommen wir noch nun zu den Vivi Comics. Diese wurden ja heute wieder released um 9 Uhr deutscher Zeit. Könnt ihr diese ja immer kaufen am Mittwoch. Und dementsprechend, ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr ein oder andere Glück hatte von euch. Ich habe schon auf Twitter teilweise Leute gesehen oder auch in der Telegram-Gruppe. Da auf jeden Fall Glückwunsch an euch. Ich persönlich habe diese Woche tatsächlich komplett ausgesetzt. Aber das ist auf jeden Fall nochmal ganz wichtig. Falls ihr dort teilnehmen wollt, Mittwoch, 9 Uhr deutscher Zeit, frühs, nicht abends. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Glück für den nächsten Job am nächsten Mittwoch. Das war es jetzt auch schon wieder mit dem gesamten Video. Ich hoffe, dir da draußen hat das ganze Video gefallen. Und jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Und bis dahin, dein Captain. Ciao, ciao.